Leute, und wie ihr gehört war, jetzt ist hier Roland Kaiser immer noch am Start, ja, absolut krasses Ding, weil, hey, Roland Kaiser, das ist hier eine Ü60-Party oder so, und ich fühle mich wieder jung, jung, dank der SPD, ich bin jung durch die SPD, weil, ja, diese Musik, die hält doch einfach jung, ja, man ist als 50-Jähriger in der Musik von der Mottenkiste, Alter. Ja, Roland Kaiser ist sich für nichts zu schade, so mancher Schlagerstar hat eine eindeutige Trinker-Karriere hinter sich gebracht, naja, und der singt halt hier, muss ja jeder selber wissen, was er denn so macht, ne, ja, irgendwie gucken sie hier alle schon ganz komisch rum, weil ich hier mit der Kamera stehe, ja, und die SPD macht da, guck mal, die Leute, die schunkeln mit, ihr müsst schunkeln! Ja, Leute, Leute, es ist nicht zum Haushalten, das ist eine Ü80-Party und keine Wahlkampfveranstaltung, was ist das nur für ein Scheiß, Leute, diese Musik, ich krieg ja richtig Ohrensausen dabei, nicht nur Ohrensausen, Was auch noch ganz cool ist, was hier auch noch gratis gibt, ist Augen-Tinnitus, weil so viele Pfeifen unterwegs sind! Alter!